Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Handlung, egal da, die richtige Eingangsposition zu haben und allerdings auch das Tempo möglichst so hoch zu halten, dass man das Ende noch gewinnen kann. Und man muss eben auch fünf Konkurrenten haben. Das ist natürlich im normalen Sprühen nicht einfach. Und alles in vielen, vielen Weltmeisterhänden, auch schon Stürze gegeben. Hier soll bitteschön alles mit einem ausgehen und von Verletzten. Und jetzt beginnt das in den Kampf auf den beiden letzten Runden. Da sehen Sie, jeder hat sich schon seine Taktik zurecht gerichtet. Schon früh greift Franz Schillian aus der zweiten Spur und geht nach vorne. Jetzt wird er auf den Versuchen, das nicht verwirrt und hochgehalten. Wenn wir in der zweiten Spur, drei Leute, vier Leute sind da. Aber jetzt kommt die Lappen auf der Luft, auf den beiden letzten Runden. Oh, das ist heute. Ja, das ist heute. Jawohl! Ja, das ist heute. Gut, wir haben die ganze Zeit bekommen. Wir haben die ganze Zeit bekommen.